Ich habe einen richtig geilen neuen Handyvertrag gemacht, da kann ich mir jedes Jahr das neueste Handy aussuchen. Ah cool, ich hole mir immer das ältere Modell, wenn ein neues rauskommt. Ist günstiger. Ja okay, aber ich persönlich brauche immer das aktuellste Handy. Mo, meine Leasinglaufzeit ist in einem Monat vorbei. Ich schaue mich jetzt um nach einem neuen, noch viel geileren Auto. Ah, ich habe mir erst vor kurzem einen gebrauchten Golf gekauft. Bin voll zufrieden. Ja Mo, aber denk doch an die Ladies. Ich brauche unbedingt das neueste Auto. Boah, wir haben gerade so einen Hammer Urlaub in Dubai gemacht. Wir müssen jedes Jahr in ein neues Fünf-Sterne-Hotel. Wow, das war bestimmt aufregend. Wir sind mit der Familie mit dem Auto an die Küste gefahren, das war auch super schön. Boah, das hört sich schon langweilig an. Wann kann ich erst in Rente gehen? Ich sehe hier in ihrer Historie, dass sie sich in der Vergangenheit schon ziemlich viel gekauft haben, was heute nichts mehr wert ist. Sie haben ja fast gar keine Vermögenswerte. Mach nicht denselben Fehler und fang so früh wie möglich an, in Vermögenswerte zu investieren.